Wie viele Fische haben da gewartet, ey. Was geht bei dem Schwimmmeister, beim Bademeister ab? Oh mein Gott! Das war crazy. Ähm, das hier ist safe, nicht legit. Definitiv ist das nicht echt. Geile Rutsche. Auch die würde ich mitnehmen. Aber das tut, glaube ich, schon ein bisschen weh, ne? Was? Oh, guck dir mal das, Alter! Das Walross hatte richtig kranke Zähne, ne? Stell dir mal vor, du kommst da unter so einen Walross-Rip. Was ist mit dem, Dude? Könnt wehtun, wenn man da rausgekickt wird. Oh oh. Was passiert da mit dem? Lol. Jo, ich, also, hab mich immer schon gefragt, wie Leute das im Schwimmbad können, ne? Absolut geil, wenn man so Eis laufen kann, Digga. Das ist ja wohl, Alter. Bockt. Alter, niemand kann diese Rutsche so nehmen wie dieser Gott da gerade. Was geht hier? Okay, das sieht auch sehr spaßig aus. Oh mein Gott, ey, das sieht richtig funny aus. Egal, das muss man schon sagen. Golfen mit dem Alligator, ne? Ja. Einmal mit dem Golfball, äh, Golfschläger da rausholen, ne? Was zur, okay, aber das ist für mich so eine, so keine richtige Rutsche irgendwie, ne? Das ist eher was für Kids, würde ich sagen. Was ist das für eine Rutsche? Oder was ist das für, ja, es ist eine Rutsche, ne? In China anscheinend. Alter, man kann, man kann den, man kann verschiedene Knöpfe drücken bei dieser Rutsche und hat dann immer eine verschiedene Experience sozusagen. Crazy. Die schnellste Wasserrutsche in Nordamerika, okay, die kickt übel, aber jetzt richtig schnell, ne? Guck dir das an. Okay, aber ich glaub, die haben das schon die Zeit ein bisschen vorgespult, aber sah interessant aus. Ist das ein... Tatsächlich. Ist das so ein Fisch wie Mrs. Puff, ne? Ich weiß gar nicht, wie der grad heißt, aber haben die ja nicht einstacheln? Was ist das hier? Da würde mir auf jeden Fall richtig schwindelig werden, wenn so ein Hai mein Boot angreift. Digga, der Hund macht einfach einen Schneemann. Ähm. Okay, das ist smart. So kann man einen Helium-Ballon runterholen. Mit Wasser. Die Mario Kart Real Life Experience. Oh mein Gott, ist das Game. Einfach eine gefrorene Socke als Boomerang. Toll. Okay, das ist echt crazy, Mann. Regen kam aus dem Nichts. Nichts. Oh, das würde mir schon ein bisschen Angst machen irgendwie, glaub ich. Aber geisteskrank, dass jemand sowas miterlebt hat, ne? Crazy. Bro. Der Typ hat den Riss auf jeden Fall bei den Ladies. Mega coole Empfindung. Ich bin gespannt. Es regnet im Zoo und man sieht die Affen, ne? Was die da gerade machen. Oh. 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 Bro. Egal, ist voller Magazine, Mann. Es geht bei dem. Er ist die amerikanische Flagge, oder was? Wie dumm das ist. Was hat da eine Angel? Was hat da eine Angel? Irgendwas krasses? Yo. Das wäre ein Angelsimulator. Die absolute Höchstpunktzahl. Safe. Keine Pilotenlizenz. Kein Problem. Dann flieg doch kurz mit dem Boot. Nein. Oh mein Gott. Was hat der vor? Und? Oh, der Hit ging aber übel, Alter. Was macht der da? Ist das eine Ratte? Was ist das, Alter? Mach die da. Das ist richtig süß, Leute. Oh. So ein kleiner Hundi mit einer Inte. Schon cool. Diese Intersection ist pure Chaos. Ich konnte hier nie fahren. Bro. Ist das deren Ernst? Ähm. Warum haben die sich gerade bewegt, wenn man reinkommt? Okay, das ist sehr crazy. Aber Junge, wie unaufgeräumt war das da gerade? Hä? 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 Er hat den Vogel gefangen. Ich meine, wenn du einen Mango-Tree so nahe zu der Straße hast, was erwähnt hast du, was sollst du passieren? Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Er kann nicht sagen, dass er was geklaut hat, ne? Warum hat der einen verdammten Pfau da auf dem Sitz? Ist das sein Ernst? Und jetzt merkt die Katze eigentlich, dass in der Mitte der Wassermelone auf einmal der richtig nice Geschmack ist. Dann habt ihr die Augen gesehen. Ja, da würde ich mich auch nicht wohlfühlen, wenn die Katze da oben draufsteht, Mann. Aber Junge, was haben die für ein geiles Haus. Eis-Sculpting ist so satisfying. Ich könnte diese Geräusche all day hören. Oh, cleanes Geräusch. Und vor allem, boah, Digga, Eisskulpturen sind einfach krass, ne? Ist echt so. This is crazy smooth. And after everything, he lands on one foot at the end. Yo, er ist auf einem Bein gelandet. Der Typ ist ja der übelste Top-Team, man... Okay, das ist natürlich auch smart. Aber ich glaube, ich kann auch ganz hoch springen. Nicht so hoch wie der vielleicht am Anfang, aber schon. Alter, Bowling. Ich liebe Bowlen, aber was hat der da vor? Junge, das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Smart. Geile Perspektive. Erinnert mich ein bisschen an Gibraltar. Da war ich auch schon mal, Leute. Okay, jetzt nicht mehr. Ähm, hat die Katze echt nicht mehr gecheckt, wo die Maus ist? Yo, das ist ne Auster einfach. Als ob die schwimmen können. Krass, wusste ich gar nicht. Nein, das ist nicht dein Ernst. Deswegen leben Männer, deswegen leben Männer nicht so lange wie Frauen. Bro, der ist über 60 kmh schnell geworden. Alter. Oh, was geht bei den Katzen ab? Ganz schön viele Katzen, ne? Das ist so diese Katzenlady, wenn du zu ihr nach Hause kommst. Und dann so... Und ich glaube, du hast ein Problem. Ich glaube, Patrick Star war gerade schon am nicesten. Oh, das Schmetterling sieht auch nice aus. Digga, der Tiger sieht richtig wild aus. Der Brea hat auf jeden Fall nicht verstanden, was mit Bällenspielen bedeutet, ne? Never saw this move coming. Crazy. Was machen die da? Das Bonbons, oder was war das? Oh, guck mal, die kleine Schildkröte. Ey. Der Hund hat Angst vor Halloween. Aber, oh. Da hätte ich auch Angst. Hatte der... Oh, was ist das sein Ernst? Bruder, der Typ spielt die Sanders auf diesem ganz anderen Level durch, Leute. Das ist ein professioneller. Also, nicht wundern. Der Typ ist ein Profi. Macht das bitte nicht nach. Ich weiß nicht, aber wenn Ballons poppen really fast, die almost sound like Fireworks. Crazy. Sie haben wie ein Feuerwerk. Hat er recht. Nein. Er will den 360-Swing holen. Würde ich auch probieren, Leute. Safe. Und rüber da. Der Traum eines jeden Kindes. Das ist Skill. Ich glaube, er hat das erste Mal gemacht. Das war clean, Leute. Das war richtig clean. Ich hätte gar keinen Bock auf einen Tiger, also, zu streicheln, ne? Er sieht aber schon ziemlich fett aus, Mann. Kleiner, fetter Teenager-Tiger, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt, wofür das in der Werbung benutzt wird. Aber wahrscheinlich für so McDonald's oder so, ne? Jo, Digga, der Typ. Alles klar, Mann. Da würde ich auch feiern. Was ist mit dem Doggo los? Ey, Tiere manchmal sind so random. Checkst einfach nicht, was gerade bei denen geht. Was geht gerade bei dem, dass er das macht? Das würde ich gerne wissen. Oh, Bruder. Noch nicht diesen. Ey, weiß ich ja nicht, ne? Ob das nötig ist, so, ne? This cat loves playing peekaboo. What a smart kitty. Schon irgendwie cool. Der Typ hat danach die Scheidung im Haus. Ganz klar. Der hat danach die Scheidung im Haus. Da ist Feierabend bei dem. I didn't know, Monkeys made this sort of noise. Was? Crazy. Was? Das ist ne Riesendrohne, die den mitnimmt, oder was? Äh, äh. Verrückt. Verrückt. Ist das ein Faultier? Bruder, ich glaube, der denkt, er ist Jesus gerade, ne? Der Wind schallert so anders rein. Das ist sehr smart, so ne Garage zu haben. Ehrlich. Bro, was hat er denn da gemacht? Ist der geisteskrank? Wasps? Wasps sind extrem teritorial und wenn du in der Paperbag next to their nest, warum hängt da eine Einkaufstüte und warum ist da ein Bienennest? Das ist ne schwierige Kombi irgendwo auch. Digga. Sind anscheinend in die Tüte irgendwie, äh, also, ich hab nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Was geht bei dem ab? Bro, in diesem Bus wachsen Pilze. Ist das sein Ernst, Alter? Was machen die da? What a legend. Now, this is impressive. Der Typ ist 83 Jahre alt und ist auf Skiern unterwegs, oder was? On the water. Auf ganz geschmeidig, ne? Crazy. Das will ich auch können, wenn ich noch so alt bin. You cannot pay me enough money to do this. Bro, das würde ich nicht, das würde ich mich nicht trauen. Nein, Digga, würde ich nicht. Save nicht. Das würde ich mich nicht trauen. Warum hat er seinen Controller zum Spiel gebracht? Habe ich nicht verstanden, was geht hier? Ist das eine Qualle? Sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Qualle, so, ne? Vom, vom Typ her. Crazy. Oha. Das war auch sehr verrückt gerade. Ich liebe Bullen, Leute. Ganzhaft. Bullen ist so nice. Äh. Wie muss man sich fühlen, wenn man diese ganzen Kühe anlockt, ne? Solange die nicht aggressiv sind, alles cool. Aber stell dir vor, man, die wollen den Zaun brechen, ne? Das wäre richtig crazy. So viele könnten es schaffen. Digga, dieses Huhn hat einfach ein Ei auf sein Auto gelegt. Digga, was? Bro, what the hell, man? Das Huhn hat einfach ein Ei auf sein Auto gelegt. Das Ei würde ich mir richtig schmecken lassen. Nein, Digga. Weißt du was? Das Ei würde ich mir nicht mal schmecken lassen. Ich glaube, das Huhn würde ich aufziehen. Wenn, also wirklich. Wenn mir so ein Ei in die Hand fallen würde, safe. Glückseis. Er geht raus. Und er will gar nicht raus, oder? Die ganze Zeit wollte er rausgehen. Und jetzt doch nicht. Was? Der kommt da jetzt nicht ernsthaft raus, ne? Verdammt crazy, dass der sich da aus der Lücke geholt hat. Was macht denn die Katze da zwischen den Waschbären? Das ist eine ungünstige Kombination, würde ich sagen. Ach, die haben sich da eingesperrt. Oh no. Guck mal, die kleine Katze, ne? Ey, die Katze auch wieder kaum erwarten. Katze sind solche egoistischen, verdammten Blödmänner, ey. Wir haben letztens so ein Video gesehen, wo so ein Russe mit einem Bär einfach ein Foto gemacht hat. Bro, das hat mich gerade so dran erinnert. Der Typ hat auch gar keine Angst vor... Boah, die sind voll ausgehungert, oder? Gar nicht cool. I see ya.